Ich glaube, wir brauchen einen ungleich größeren Reformimpuls und wir haben ja schon ein paar Punkte hier zusammengetragen, was notwendig ist. Aber mein Ziel ist ja, jetzt eine Wirtschaftswende zu erreichen, also eine Umkehrung weg vom Erwirtschaften, vom Verteilen hin zum Erwirtschaften des Wohlstands, vom Konsum zu Innovation und Investition. Und meine Zuversicht ist unverändert groß, dass es in dieser Konstellation gelingt, weil auch Grüne wissen, dass ihre ökologischen Vorhaben, Sozialdemokraten wissen, dass ihre sozialen Vorhaben nur gelingen auf der Basis eines starken wirtschaftlichen Fundaments. Zumindest ist das meine Hoffnung.